Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder Mr. und Mrs. Fett. Hallo Leute. Oh, ich hatte von dir, Ratte hinter dir, Ratte hinter dir, oh mein Gott. Das sagst du jetzt erst. Aua. Wo, 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 au. Ich habe ja noch nicht mal meinen Bogen in der Hand. Zack, ab in den Hintern. Zack, in den Hintern. Wo kam die denn jetzt her? Gerade das Spiel gestartet, kann doch nicht sein. Im Himmel, ja, das tat auch weh. War eine tolle Begrüßung. Glaube ich dir. So, hallo meine Lieben. Aua. Hallo. Ich begrüße euch. Wir sind gerade durch die Container und jetzt geht es weiter. Wir haben hier irgendwas, einen Bauplan aufgelesen. Storage Area. Genau. Boah, das war eine Begrüßung. Ich kann den mal eben anmachen. Da könnt ihr euch den angucken. Wasserrohr war das. Wasserrohr. Okay. Nützlich, um Wasser zwischen verschiedenen Maschinen hin und her zu transportieren. Gut, wir haben keine Maschinen, wo wir Wasserrohr transportieren müssen. Okay. Da kommt dann wohl noch was. Okay, dann weiter. Ja, ich muss mal meine Taschenlampe anmachen. Ein Moment. Ich bin ganz schlecht. Ich habe keine Taschenlampe. Ich habe noch eine. Warte, ich kann dir eine geben. Ja, gut, 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 gut. Aber das ist dann auch mal eine letzte. Voila. Dankeschön. Bitteschön. Dann wollen wir mal gucken. Die vier Ratten uns noch hier erwarten. In diesen diffusen Gewölbe. Ja, ja, ja. Wer weiß, wer weiß. Bisher nur Gewölbe. War so schön, was wir da gesehen haben, worauf wir zugefahren sind mit dem Floß. Und jetzt? Ja, das kommt bestimmt noch. Da geht es nach oben auf der anderen Seite. Hier ist eine Tür. Da geht nichts auf. Nö. Ich denke mal, wir müssen hier hoch. Na dann, ab mit dir. Leitern kannst du. Mhm. Boing. Ah. Was hast du? Ah, ich habe gar nichts gemacht. Ah. Ich habe die Tür aufgemacht und jetzt. Äh. Ging jetzt die Tür auch auf hier? Nein. Ich würde sagen, lass uns mal. Lass mich. Schnell deine Flossen in die Hand. Ah. Flossen. Okay. Wohin? Ja, raus. Wieder zurück. Ach. Ach, noch können wir hier atmen. Ist ja gut. Oh, das fühlt sich aber alles. Ich kann nicht mehr atmen. Wir schwimmen jetzt hier zurück, oder? Ja. Der geht nicht auf. Äh, wo war das denn dann? Oh Gott. Hier rechts ging es, glaube ich, lang irgendwo. Oder so. War das nicht hier? Oh Gott. Scheiße. Jetzt haben wir sogar verlaufen. Hier, andere Seite. Ja, ja, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Gut, dass du gleich gesagt hast mit den Flossen und so. Halber Sauerstoff verbraucht? Ja, bei mir schon mehr als der halbe. Ich schwimme einfach, ohne Rücksicht auf Verluste. Oh nein. Oh, hier ist eine Tür, die ist zu. Doch, die kann ich benutzen. Ah, gut, mach auf. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich bin gleich kaputt. Cafeteria? Hier, hier, links rein, links rein. Links rein, wo? Oh ja. Ich bin hier hoch auftauchen. Ich bin ja, ja. Das war knapp, du. Ich habe schon Leben verlaufen. Aber steigt das noch? Nee, es steigt nicht mehr. Nee. Das ist die Cafeteria. Hier waren wir schon drin. Ich glaube, wir müssen hier noch raus, woanders hin. Ja, wahrscheinlich. Aber ich hole da erst nochmal Luft. Okay, ich tauche mal, ja? Ja. Wir müssen uns den Weg merken. Ja, sagst du so einfach. Generatorraum. Storage Room. Crane. Ach, hier. Können wir hier sind? Ach, hier. Ja. Aber hier oben war da nichts mehr. Nee, von hier sind wir ja gekommen. Hier kommen wir hin. Ach, hier die abgebrochene Leiter. Guck mal, die habe ich vorhin auch schon gesehen. Warte, ich sehe dich nicht. Wo bist du? Andere Seite. Genau, hinter dir. Hier, sozusagen. Ich habe meine Taschenlampe, glaube ich, an. Du müsstest mich sehen, ich leuchte. Nee, das bist du nicht. Hä? Ah, warte, dann bin ich woanders. Nein, nein, du bist rechts, rechts, hier hoch, rechts, nach links gucken. Nach links gucken? Da. Wow, hier geht es aber von einem Stolperstein ins andere. Erst kommt die Ratte beim Begrüßen und jetzt werden wir fast ersoffen hier. Komme ich hin da hoch. Ah, mit Springen und so, das war ja nicht deins, ne? Nö, äh, jetzt sehen wir was. Ich setze mal mein Licht wieder auf. So, okay. Ja. Holla die Wald und so. Ich habe einen Hinweis. Den habe ich aufgenommen, haha. Äh, nee, nachdem die Motoren ihren Geist aufgegeben hatten, machten wir uns auf den Weg zum Habitat. Nur denn? Ich hätte Bock auf Fisch jetzt. Echt? Mhm. Okay. Hast du welchen in der Tasche? Ja, ähm, nein, rohes Fleisch und... Das ist aber schade, dass du kein Fisch dabei hast, das ist ärgerlich. Ja, tut mir leid. Ein Schenkelchen kann ich dir geben. Soll ich dir ein Schenkel? Ja, toll, Fleisch habe ich auch. Okay. So, haben wir hier alles untersucht? Äh, ja, äh, keine Ahnung, ich bin noch voll geflasht von, äh... Dem Wasser? Dem Wasser, ja. Hier ist eine Tür aufzuwachen. Hallo! Aber du bist aneinander, wir müssen erst die Tür, die offen ist, gehen nach hinter dir, wo du warst. Ach, das sagt er jetzt. Okay. So, wie schön, die haben wir auch nicht aus. Aha, was ist auf uns da? Plantation, das ist aber was mit Pflanzen, oder? Ja, Pflanzen, ja, ja. Okay, eine Leiter, eine Leiter. Willst du wieder hochklettern, so wie gerade? Ja, sicher. Mehr als Wasser kann auch nicht passieren, oder? Lava! Kein Wasser, nur Zombies. Wasser und Strom! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Dann renn wir auf eine Plattform. Komm, hopp, hopp, trau dich jetzt. Nee, Moment. Erst mal abwarten und hopp. Was da liegt? Eine feroßte Schere. Au. Klingt gut. Ich glaube, das sind Erdbeeren. Erdbeeren? Erdbeeren aufnehmen. Cool. Ich nehme nur eine, die andere lasse ich dir, ja? Kann bestimmt nicht schaden. Ich mampfe die gleich mal, oder? Ja, so. Erdbeeren? Oh, das war ja üppig. Ein minimal bisschen Wasser. Was habe ich da? Oh, und Samen. Cool. Was hast du? Klebeband? Ich habe noch ein Klebeband gefunden. Wieso brauchen wir Klebeband? Müssen wir vielleicht diese ganzen Rohre hier kriegen? Oder Strom isolieren. Ah, da ist auch Klebeband und ein Hinweis. Okay, ich warte. Und hopp. Einmal Klebeband und einmal Himi-Waisi. Na, hier hängt ein Kabel runter. Die Bananenpflanzen sind von einem riesigen Scham Käfer befallen. Ah ja, Käfer. Die hatten wir gleich am Anfang. Ah. Wir haben dreimal Klebeband, richtig? Eeeh. Dann kann ich die reparieren. Dreimal Klebeband nutzen. Ja, das haben wir. Oh, da gehen wir zu auf. Oh. Richtig verbrennen. Hopp. Nächste. Nächste Ecke. Bist du jetzt da durch? Ja, ich bin da durch. Aber das zischt hier doch noch. Kann man das nicht aufhören? Nee, bis jetzt nicht. Zischt das da immer weiter? Ja, bis jetzt. Dann habe ich gekrümmte Fußwege. Hier haben Bananen an der Palme. Oh, die kann ich fällen. Eine Bananenpalme. Bananen an der Palme? Echt? Ich habe Bananen. Das ist ja cool. Warte, hier auch? Oh ja. Töne so. Sehr geil. Bananen. Das hatten wir ja auch noch nie. Bananen, Samen. Oh, da müssen wir vorsichtig mit umgehen. Cool. Die sind auch noch mehr Erdbeeren. Bananen. Was? Die geben was, ja? Die Bananen geben auch gutes Essen. Ah. Die geben da diesen grünen Streifen mit. So, hier ist eine rote Tür. Eine Tür mit einem roten Licht. Die geht wohl nicht auf. Hier ist Surface Access. Da kann man durch. Ganz normal. Von da sind wir gekommen. Von da sind wir gekommen. Also wo ich jetzt hingucke. Und da können wir weitergehen im Trockenen. Aber zuerst will ich die ganzen Erdbeeren. Ja, hol sie dir. Da hinten scheint da wieder so ein Stromkasten zu sein. Hier. Kannst du da was reparieren? Ja, dreimal Klebeband. Ähm. Haben wir jetzt aber nicht mehr, ne? Ne. Das müssen wir vielleicht noch finden. Oder du hast hier. Mal ein Stuckelchen. Hallo? Wir wären hier nicht hingekommen, ohne die zu benutzen. Also war das kein Schäler. Ja, nee. Hast recht. Hast recht. Ah, das nervt mit diesem Strom. Ja. Soja-Beans. Tangaroa Premium. Okay, ich bin hinter dir. Sau gut. Aber ich glaube, wir haben jetzt nicht alle Erdbeeren eingesammelt. Aber vielleicht müssen wir ja auch wieder zurück. Ja, wir müssen doch noch da zurück. Da war doch noch was mit Klebeband und so. Hm, ja. Und? Ich habe gar keine Leuchte auf. Du hast die schon wieder kaputt. Du hast eine Leuchte auf. Ja, ja, ich habe sogar eine aufgesetzt. Es geht noch hoch. Oh, eine schöne Treppe. Das lässt auf was Schönes hoffen. Was Besseres als Käfer. Was? Was? Komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Es lauft nicht so schnell. Sei mal ein bisschen vorsichtig. Nein. Cheeseburgers. Da ist der heilige Kompfus-Zoß. Der heilige Projekt. Da fährt ein Roboter. Da kann ich nicht. Was? Da fährt ein Roboter. Da fährt ein Roboter? Da fährt ein Roboter. Der hat auch Strom. Der hat sich in den Kopf gehauen. Und dann hat er... Aber der hat grüne Augen. Der ist lieb. Was? Help. Ja, wir vertrauen noch einmal. Der ist lieb. Der sagt help und dann suche ich ja ein blöder Roboter. Hallo? Error. Ich habe ihn ausgeschaltet. Oh, das ist eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte? Für ein Hotel. Ja, ich habe so eine Schlüsselkarte von Tangaroa gekriegt. Da ist noch so ein Roboter. Hinter dir. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Könntest du den mal... Wenn du mal stehen bleiben würdest? Könntest du mich mal von dem... Danke. Der hängt mir im Gesicht. Komm, put, put, put. Ich trau dir nicht. Hier ist ein Hinweis. ExterioLane. Die Straßen haben Namen. Guck dir mal die Bäume an, ob man die alle fällen kann. Klonk. Klonk. Sieht aus wie Nummer 5. Weil vorher konnten wir auch nicht alle fällen. Nummer 5 lebt. Schlüsselkarte. Cool. Da liegt noch ein Pfeil. Ja. Komm her, Baby. Guck mal, da ist ein Exit. Guck mal, hier ist ein Exit. Exit, Exit. Wo bist du denn? Ach, das sind diese riesen Shots, die... Ha, kann man ja wohl... Hier ist ein Hinweis. Man kann diese Bäume alle fällen. Echt? Ja, ja, ja. Also alle weiß ich nicht, aber den konnte ich fällen. Und den auch. Cooles Dach. Was machst du denn da? Ich lees ein Hinweis. Ganz heimlich. Die haben, die haben einen endlichen funktionierenden... Ey, wir können die Tore aufmachen. Echt jetzt? Ja. Okay. Cool. Ey, das ist eine Notrutsche. Wo ist unser Floß? Ah, wo ist unser Floß? Wo ist unser Floß? Dann müssen wir auf die andere Seite. Ja, da sind aber, pass auf, das sind überall noch diese Roboter da. Das müssen wir auf die... Draußen rumlaufen, hier direkt an der Kuppel. Weißt du, dass der von der anderen Seite steht? Ne, weiß ich nicht. Wir sind unten umgeirrt. Ich habe keine Ahnung, wo unser Floß ist. Aber irgendwo wird es wohl sein. Ich laufe mal eine Runde. Tum, 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 tum. Vielleicht können wir auch einfach alle Shots öffnen. Ja, mach einfach auf. Falls wir nicht gut liegen, müssen wir eh dahin schippern. Ja. Also ich sage jetzt mal vielleicht... Ja! Ja! Oh, ich dachte, der fällt in meine Richtung und macht mich platt. Oh, es staubt. Nein, kein Floß in Sicht. Vielleicht hat jemand unser Floß geklaut. Ich renne nochmal eine Runde. Und wir müssen jetzt hier leben, deswegen haben wir auch so viele Bäume. Super, und so viele Roboter. Bis jetzt hat sich kein Menschen gesehen. Und Essen auch noch nicht. Aber der Rasen ist noch grün, also muss es eigentlich regnen. Flop! Ich habe gesehen, wie die Notrutsche sich ausgeklappt hat. Echt? Mhm. Die fliegt auch nach vorne raus. Das sieht ja auch aus. Okay. Die Bienenbaben sind schon cool, ne? Da fehlt ein Baum. War hier jemand oder sind wir schon einmal rum? Boah, ich will unbedingt die Stadt erkunden jetzt. Oh, wo ist denn unser... Ah, ich sehe unser Floß. Nicht dieser, sondern der nächste müsste es sein. Aber ich mache den auch mal auf. Mach auf, mach auf, mach auf. Ich glaube, wir waren zwischen zwei so Dingern. Hm, das wäre ja blöd. Dann müssen wir noch ein bisschen schippern. Aber das ist ja cool. Dann können wir ja... Nee, wir sind nicht. Das passt gerade. Das passt cool. Echt? Dann können wir ja direkt immer auf unser Floß, um, was weiß ich, Nahrung zu holen oder so. Ja, die Stadt, das wird bestimmt ein bisschen dauern. Megamäßig. Cooles Teil. Und... Der rutscht echt immer erst in einen. Jawohl, guck dir das an. Leute, da ist unser Floß. Oh, unsere Tiere brauchen, glaube ich, Wasser, weil das Gras wächst nicht mehr so pralle. Okay. Oh, du bist hier schon... Ey, wer Mucke. Ich höre es. Du bist auf dem Floß und unser Radio ist an. Machen wir das Radio an die armen Batterien. Irgendwann haben wir nichts mehr. Das läuft auf Solar. Ach so. Was denn? Okay. Ich, ähm... Töte mal ein paar Roboter und du bringst mir eine Flasche Wasser mit? Äh, wenn du möchtest. Das wäre doch lieb. Okay. Wow. Guckt euch mal diese Hochhäuser an. Ist ja mega. Flasche Wasser soll ich hier mitbringen. Na gut. Trinke ich erst mal was. Kaputte Müllcontainer. Bin ich hier so hinterm Haus. Ist jetzt auch doof. Kann ich hier zwischendurch? Ja, ich kann da zwischendurch. Cool. Dann bitte mit dem Straßenlaternen. Einmal rechts gucken. Müll. Einmal links gucken. Das war jetzt falsch rum. Ah, guck mal. Hier sind... Ich habe Salzwasser getrunken. Ah, bist du aus der Übung? Oder ein bisschen nervös? Ich habe hier... Ich stehe hier vor einem riesigen Hochhaus und da steht eine 2 dran. Und da steht benutze eine Schlüsselkarte von Tangaroa. Das machen wir aber gemeinsam. Da warte ich auf dich. Bitte, bitte. Lass mich das mitmachen. Ich muss eben warten, bis die Wasserdinger voll sind hier. Bei der 1. Äh. Vielleicht gut. Vielleicht fehlt. Das heißt, wir müssen ein paar von diesen Robotern töten, um ein paar Schlüsselkarten zu kriegen. Gehe ich mal einfach davon aus. Komm. Da ist einer. Notiz. Keycard reader out of order. Mhm. Also ein paar können wir nicht öffnen. Das ist ja eine Gegenwehr. Hey. Okay. Ich bin früh gekommen. Der andere brauchte nur 3. Der brauchte jetzt 4. Du hast wahrscheinlich 4 mal daneben geschossen. Du bist ja... Nein. Ich hab 3 mal getroffen und dann kam er mir zu nah und dann dachte ich... Jetzt gibt er Geist auf, aber war nicht. Main Street. Aha. Cooles. Cooles. Ah, da sind Pflanzen auf dem Balkon. Geht echt hoch hinaus. Da ist noch einer von den Viechern. Also 4 Stück. Ich bin die Laterne ballant, Mrs. Zett. Gut. Ich hab deine Flasche voll. Ich komme. Ich kann dich daneben hauen, Mrs. Zett. Rückwärts laufen. Hopp. Und Nummer 4. Ja. Also 4. Ich hab mir schon eine Karte gemalt, dass ich jetzt weiß, wo ich hin muss. Nein. Also 4 Stück brauchen die immer. Ich bin, äh, hier. Ich bin in der Sinclair Lane. Ja, hinter dir bin ich. Ich riech dich. Ich weiß genau, wo du bist. Ey, sag mal. Ich hab frisch heute Morgen... Du bist... Du warst auch nicht in der Sinclair Lane. Du warst auf der Main Street. Nein. Ich kam von der Sinclair Lane. Nein, nein, nein. Meine richtige Beschreibung, meine geografische Blondine. Boah, ey, was ich mir hier bieten muss. So, ähm, wo wolltest du hin? Du läufst immer noch in deinen komischen Latschen rum, ja? So. Dafür hab ich eine Flasche Wasser für dich. Hier, komm. Danke. Bitte. So. Dann, wo wolltest du mit mir rein? Eine Banane. In den großen Turm hier? Das wär schön. Nö, die Bananen geben normales Essen. So, das war mein, äh, Mitternachtssnack. So, okay. Achtung, hinter dir. Ah. Sagt er erst, wenn das Ding hinter mir steht. Verratet ihr nicht, dass ich extra gewartet hab. Und breit getrennt. Dafür hab ich die Schlüsselkarte. So. Und ein Pfeil. So. Wo gehen wir jetzt hin? Irgendwas Sinnvolles müssen wir machen. Da liegt noch ein Pfeil. Du hast gesagt, wir können irgendwo mit einer Schlüsselkarte was öffnen. Also. Ach so, eher eine Tür. Vom Hotel. Da müssen wir ein Hotel suchen. Und dann, wo bist du? In Ditterdeer. Immer in deiner Nähe. Du bist überhaupt nicht da. Gehen wir doch einfach hier irgendwo rein. Und dann in ein Hotel rein. Ich sehe gerade nur keinen Eingang. Aber da wird schon einer kommen. Mhm. Du warst doch gerade irgendwo. Du hast doch gesagt, dass du da irgendwo drin warst. Ich war nicht drin. Ja, aber reingehen wollt. Du hast doch irgendwo gesehen. Hier sind nur irgendwie die Hinterhöfe des ganzen Hofes. Lass uns mal auf die Mainstream. Du bist deine Führerin, du. Ich. Das machst du gerne, ne? Also doch geografisch. Na, ich spreche dir noch mal aus. Ich war hier noch nie. Da ist noch so einer von diesen Viechern. Die Bazaar-Street, da bist du einfach vorbeigelaufen. Out of order. Hier warst du bestimmt. Ich habe noch eine Schlüsselkarte. Der redet auch. Ich auch jetzt gleich. Ja, ich sehe das. Ne. Bist du das überhaupt? Upsa. Bist du gar nicht? Ich bin in der Untergasse. Ja, wo du hingehörst. Ah! Ich bin abgestürzt. Hm. Mitten im Kampf wird es gelaufen. Zack, weg. Also ich bin bei Haus Nummer 3. Zack, zack, zack. Und hier kann ich eine Schlüsselkarte benutzen. Hier könnte ich jetzt rein. Ich muss hier erst mal gucken, wo du bist und dich da wieder retten. Ha! Mein... Hm. Super. Das passt ja. Gutes Timing. Mein, äh... Hier ist ein Barber. Dann kann ich mir mal die Haare schneiden. Haut zu! Ich bin schon 80 Tage auf dem Floß und habe mir nicht die Haare geschnitten. Hm? Ja. Mein... Bogen ist kaputt gegangen mit einem Kampf. Ich musste das jetzt mit einem Speer erledigen. Das war dann ein bisschen schmerzhaft. Die Sonne geht unter. So, ich bin hier in der Main Street und Sinclair. Du weißt ja sicherlich noch, wo das ist. Ja, ich weiß, wo das ist. Ich komme. Ich stehe hier direkt an der Kreuzung. Ich sehe also, wenn du von irgendwo kommst. Da. Okay. Hier lang. Mhm. Ich habe die ganze Zeit die Leuchte aufgegeben. Du wirst übrigens verfolgt. Ist du das klar? Jo. Gut. Dann mach mal. Ich habe nichts für Weitkampf. Und ich laufe rückwärts gegen die Wand. So wie ich gerade rückwärts von der Mauer gefahren bin. Hier ist ja noch einer von denen. Also hier war die Tür, die sich nicht öffnen lässt. Da. Genau. Und da hinten, wo der vorsteht, ist der Tür, wo wir reinkommen. Boah, die spawnen aber echt schnell, die Viecher. Ey, das ist echt Wahnsinn. Ich kann nicht weit kämpfen, wie gesagt. Du solltest gleich mal wieder deine Lampe aufsetzen. Das Düschwölsch. Ne? Alle in die Zwölf. Okay, das ist die Eins. So, dann darfst du mal öffnen. Okay. Okay. So, dann darfst du mal öffnen. So, dann darfst du mal öffnen.